Ammonius Sackers war ein Philosoph in der platonischen Tradition und Gründer einer Schule, aus deren Lehren die heute mit dem modernen Begriff Neu-Platonismus bezeichnete Richtung des Platonismus entstanden ist. Name, die Herkunft von Ammonius angeblichem Beinamen Sackers ist unklar. Im Neu-Platonischen Schrifttum kommt der Beiname nicht vor, er ist erst in der Spätantike vereinzelt bezeugt und möglicherweise nicht zeitgenössisch. Ein gegnerischer christlicher Autor des 5. Jahrhunderts, Theodoreth, behauptete, die Benennung des Philosophen gehe darauf zurück, dass Ammonius in seiner Jugend getreide Säcke geschleppt habe. Diese Deutung diente wohl dem Zweck der Verunglimpfung. Wahrscheinlich ist, falls der Beiname zeitgenössisch ist, Bezugnahme auf ein grobes, sakatiges Philosophengewand, die in der älteren Forschungsliteratur erörterte Hypothese, Sakas sei ursprünglich kein griechisches Wort gewesen, sondern ein indischer Name, ist widerlegt. Die Vermutung eines nicht griechischen Ursprungs des Wortes hat heute in der Forschung keine Befürworter mehr. Leben Nach einem von dem Kirchenschriftsteller Eusebius von Caesarea überlieferten Zitat aus der verlorenen Streitschrift des Neuplatonikers Porphyrios, gegen die Christen stammte Ammonius aus christlichem Elternhaus, wandte sich aber schon in seiner Jugend vom Christentum ab, als er die Philosophie kennenlernte. Eusebius weist diese Behauptung nachdrücklich zurück, er versichert, Ammonius sei bis zu seinem Tode Christ geblieben. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Eusebius den von Porphyrios gemeinten Ammonius mit einem gleichnamigen christlichen Schriftsteller verwechselte. In der Forschung wird aber auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Ammonius das Christentum nicht gänzlich aufgab, sondern allerdings außerhalb der Kirche daran festhielt und es mit dem Platonismus in Übereinstimmung zu bringen versuchte. Ammonius scheint nur in Alexandria gelehrt zu haben. Er starb entweder kurz vor oder kurz nach der Abreise seines bedeutendsten Schülers Plotin, der 242 oder 243 Alexandria verließ. Lehre Die Hauptquelle für Ammonius' Lehre ist Porphyrios ein Schülerplotter. Aus Porphyrios' Angaben geht hervor, dass Plotin an dem, was er bei Ammonius gelernt hatte, festhielt. Daher ist davon auszugehen, dass die Philosophie des Ammonius in den Grundzügen derjenigen Plotter entsprach. Allerdings ist unklar, ob die plotinische Lehre vom ein als höchstem Prinzip oberhalb des Seinden auf Ammonius zurückgeht. Einzelheiten seiner Philosophie sind nicht zuverlässig rekonstruierbar. Anscheinend beruhte seine Wirkung mehr auf seiner philosophisch-philologischen Methode als auf bestimmten Lehrsätzen in seiner Schule wurde. Wie Matthias Baltes meint, keine Philosophie gelehrt, sondern philosophiert. Seine Deutung des Verhältnisses zwischen Platon und Aristoteles war durch ein Streben nach Harmonisierung gekennzeichnet. Er war der Auffassung, dass die beiden Philosophen in ihren wichtigsten Lehrmeinungen übereinstimmen. Grundsätzlich wollte er sich mit dem Nebeneinander der unterschiedlichen Schulmeinungen nicht abfinden, da er es für unvereinbar mit dem Wissenschaftscharakter der Philosophie hielt. Er strebte eine Philosophie ohne innere Zwietracht an, also eine stimmige Universalphilosophie, welche die nach seiner Überzeugung nur an der Oberfläche bestehenden Gegensätze zwischen den Schulrichtungen aufhebt. Zur Ebene der Gemeinsamkeit meinte er vorstoßen zu können, indem er die Fragen und Gedankengänge der einzelnen Philosophen bis zu ihrer Wurzel verfolgte. Gerade ein vertieftes Verständnis der Besonderheiten sollte zum Erfassen der gemeinsamen Wahrheit führen. Rezeption Ammoniös hat keine Schriften hinterlassen, aber durch seine Schüler die Entwicklung des Platonismus nachhaltig beeinflusst. Sein berühmtester Schüler war Plotin, der von 232 bis 242 bei ihm studierte, bevor er nach Rom übersiedelte und dort seine eigene Schule gründete. Ein anderer Ammoniös-Schüler namens Origines wurde lange mit dem berühmten christlichen Schriftsteller Origines identifiziert, der tatsächlich platonisch beeinflusst war. Die moderne Forschung hat aber gezeigt, dass der Ammoniös-Schüler Origines nicht der Christ, sondern ein gleichnamiger nichtchristlicher Platoniker war. Allerdings ist es möglich, dass der Christ Origines ebenfalls an Lehrveranstaltungen des Ammoniös teilnahm, ohne dem engeren Schülerkreis anzugehören. Ein weiterer Schüler des Ammoniös war der berühmte Philosoph und Grammatiker Longinos, der später seinerseits in Athen eine Schule gründete. Aus den Angaben des Porphyrios geht hervor, dass nach dem Tod des Ammoniös drei seiner Schüler, Plotin, Herenius und Origines, vereinbarten, seine wissenschaftliche Hinterlassenschaft nicht zu enthüllen. Diese Abmachung wurde aber später erst von Herenius, dann auch von Origines gebrochen. Daher betrachtete schließlich auch Plotin die Vereinbarung als hinfällig. Der Zweck der Vereinbarung ist unklar. Möglicherweise ging es dabei um Vertraulichkeit eines Kernbestandteils der Lehre, der nach dem Vorbild von Platons ungeschriebener Lehre als nicht zur Veröffentlichung geeignet befunden wurde. Im 20. Jahrhundert wurde vereinzelt behauptet, der Beiname Sarkas sei indischen Ursprungs. Es handele sich ursprünglich um eine Stammesbezeichnung oder einen Familiennamen und daraus lasse sich folgern. Ammoniös sei nicht Ägypter, sondern Inder gewesen. Von solchen Überlegungen ausgehend machte Erich Seeberg 1942 aus Ammoniös einen Arie und Ernst Benz vermutete 1951. Der Lehrer Plotin sei ein indischer Philosoph oder buddhistischer Mönch gewesen. Dadurch lasse sich eine Erklärung des Einströmens der indischen Philosophie in die heidnische und christliche Welt von Alexandrien geben. Von altertumswissenschaftlicher Seite wurden diese Hypothesen nachdrücklich zurückgewiesen. Sie gelten heute als widerlegt und werden in Fachkreisen nicht mehr vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017